Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Wir machen jetzt Herausforderung 37. Wir haben 8 Minuten 45 Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass das hinhaut. Oh Gott. Ja, werden wir schon schaffen. 8 Minuten 45 für die Statue. Und ich werde mich wieder rechts rumkämpfen, oben, hier über die Traubenbäume. Jetzt einmal das machen, dann müssen wir schnell einen Drachen besorgen. Das auf jeden Fall. Der kann mal schnell hier was besorgen. Dann machen wir nämlich hier hinten einen Fünfermerch für zwei Blumen. Perfekt. Zack. Dann ein bisschen ernten gehen. Wir haben hier freigeschaltet jetzt und können gleich den nächsten Drachen rauslassen. Der kann mir ein bisschen von den Samen besorgen. Ich könnte jetzt beide Orbs ernten lassen. Ich will aber auf jeden Fall Samen ernten, weil ich mich für die Bäume oben vorbereiten will, dass ich da entsprechend genug Material habe. So. Machen wir das hier weiter. Der macht da bitte weiter. Kiste. Was haben wir da drin? Noch eine Blume. Okay. Machen wir so. Ja, die hätten wir natürlich an einer anderen Stelle aufmachen können. Aber, upsie, jetzt ist es wie es ist. Jetzt die zwei hier rüber. Da noch ein bisschen weiter ernten. Komm. Mach. Mach hinne. Der Blat steht noch nicht 100%. Das muss jetzt hier irgendwas werden. Zack. Okay. Dann da. Das lassen wir mal raus. Wir brauchen das nicht unbedingt, aber dann hat er wenigstens was zu tun hier. So lange, bis ich jetzt das hier noch besorge. Und jetzt muss ich ganz kurz... Machen wir so. So. Perfekt. Dann, wo lassen wir denn was raus? Ich weiß es gar nicht. Ist eigentlich völlig egal. Wir machen an den Stellen was frei. Dann können wir hier einen wieder ernten lassen. Wir können, glaube ich, sogar auch die Sachen merchen. Achso, nee, das brauchen wir gar nicht. Lass das in Ruhe. Mach einfach hier. Du musst da. Das schieben wir mal noch da hoch. Den lassen wir hier in der Ecke raus. Noch sechseinhalb Minuten. Einmal Zomblin rauslassen. Ist nicht zwingend notwendig. So. Achso, um den konnte sich trotzdem mal jemand kümmern. Bevor der uns doch noch ins Spiel reinpfuscht. Ich überlege gerade. Also den sollte ich hier oben genau. Den lasse ich hier einfach los. Das geht schon. Dann da weiter. Das hier raus. Da oben können wir den Samen dazwischen puddeln. Perfekt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Skelett frei bekommen. Ach, kümmere dich nicht um so was Unwichtiges da unten. Ernte hier lieber ein bisschen. Genau. Du da. Kiste. Nur eine Münze. Einfach weitermachen hier. Okay. Probieren wir es gleich mal damit. Sehr gut. Das ist frei. Jetzt brauchen wir nur endlich von unseren ganzen Obstbaumsetzlingen. Die müssen sich mal ein bisschen entwickeln hier. Sonst müssen wir nachhelfen. Ich glaube auch, ich helfe einfach nach mit Fünfergruppen. Zack. Mache ich das gleich so? Oder? Ich könnte da ja ein bisschen noch was frei machen. Da können wir noch einmal ein Merge draus machen. Dann können wir nämlich hier gleich eine Fünfergruppe vorbereiten. Achso, wir brauchen ja sowieso noch ein Zomblin. Wir müssen ja das Grab noch machen. Das hatte ich ganz vergessen. Wir müssen das Grab hier reinstellen, damit wir die Statue rauslassen können. Bitte kümmert euch einmal um den Zomblin. Zu freundlich. Außerdem präparieren wir uns hier nochmal fünf von den Setzlingen. Zack. Was macht er denn nur so lange mit dem? Sehr gut. Das da hoch. Und jetzt einfach... Ach man, lass doch dieses blöde Ding da oben in Ruhe. Das ist ja so unnötig. Aber das ist kein Problem. Wir kommen trotzdem gut durch. Also mache ich mir gar keine Sorgen gerade. Die Statue ist frei. Jetzt einmal die Kiste hier. Was haben wir da Schönes drin? Ja, brauchen wir nicht. Aber nehmen wir mit. Bitte weiter ernten, ernten, ernten. Wo kriege ich nochmal fünf von den Setzlingen nebeneinander gelegt? Hier, sobald der fertig ist mit Ernten. Okay, außer natürlich, der schlüpft gerade. Egal, weiter ernten, ihr zwei. Hier haben wir den Fünfer-Merch, von dem ich gesprochen habe. Zweite Statue frei. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Baum für den Traubenbaum. Und dann sind wir durch. Ach, hör endlich auf dich, um dieses Ding zu kümmern. Mach was Gutes hier. Wenn die sich immer mit so unwichtigen Dingen beschäftigen. So, machen wir hier nochmal. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und da auch noch. Eins, zwei. Weiter. Noch knapp drei Minuten. Aber, wie gesagt, ich bin entspannt. Hepp. Und nochmal den hier. Dann haben wir hier die drei. Da unseren letzten. Zack. Obstbaum freigeschaltet. Der Weg zur Statue frei. Und Challenge erledigt. Ja. Also nicht weiter schwer. Man kann auch andersrum gehen. Man kann auch linksrum gehen. Über die Blume. Ich finde für mich einfach rechtsrum angenehmer. Ja. Also sucht euch den Weg, der euch am besten gefällt. Ich bin über die Obstbäume ganz gut klar gekommen. Das waren jetzt sechs Minuten vierzehn. Also das war jetzt null gehetzt oder irgendwas. Ich denke, dass das sehr, sehr gut so gegen fünf Minuten geht. Ja. Also vielleicht sogar unter fünf Minuten. Aber geht auf jeden Fall nochmal schneller. Nicht allzu schwer. Macht's fertig. Eine Challenge weiter gemeistert. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Ne, nicht morgen früh. Morgen Nachmittag. Genau. Bis dann. Bye bye. Okay.